hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja wie google schon vor einiger zeit angekündigt hatte ist es heute in kraft getreten ihr habt für die google foto cloud nicht mehr unendlich viel speicherplatz zur verfügung sondern das ganze wurde auf 15 gigabyte gedrosselt das heißt ihr habt für eure dateien die ihr bei google speichern wollt oder auf google drive speichern wollt habt ihr nur noch 15 gigabyte zur verfügung und da das für einige von euch nicht reichen wird möchte ich euch im heutigen video eine alternative vorstellen und zwar wie ihr die bilder von eurem handy auf zum beispiel der fritz box sichern können und zum anderen zeige ich euch auch noch mal ganz kurze wie ihr die bilder auf einem pc auf speichern können das heißt wie ihr die bilder synchronisieren könnte zwischen dem pc und zwischen der fritz box falls euch das thema interessiert bleibt dran nach einem kurzen intro geht es los und denkt dran falls euch das video gefallen oder geholfen haben sollte würde ich mich über einen daumen hoch und ein abo sehr freund in diesem sinne bis gleich und viel spaß mit dem video schöner sie dran geblieben seid ok legen wir sofort los also was müsst ihr zuerst mal machen um das fritz nas einzurichten als erstes dann nehmt ihr euren usb stick oder eure festplatte steckt sie an den computer an und formatiert das teil zuerst mal in ntfs oder in exfad je nachdem was ihr haben wollt auf keinen fall in fad 32 oder ähnliches formatiert da ansonsten die maximale dateigröße 4 gigabyte beträgt als nächstes vergebt ihr hier beim volumen bezeichnung vergebt ihr noch einen anständigen namen den ihr euch merken könnt beziehungsweise der einigermaßen sinner gibt und lasst nicht den standard namen der dort drin ist mehr drin stehen sondern ändert das wie gesagt ab achtet darauf dass hier schnell formatierung steht und dann einfach auf start klicken die warnmeldung ignorieren bzw mit ok bestätigen und dann kurz warten bis die formatierung abgeschlossen ist nachdem der usb stick erfolgreich formatiert wurde legt ihr hier noch mal ein paar ordner an das heißt einfach für jeden user einen ordner anlegen damit jeder user nur auf seinen eigenen ordner zugriff hat und nicht auf die dateien eines anderen users zugreifen kann also so habe ich es gemacht und das empfehle ich euch auch zu machen also einfach einen ordner anlegen für jeden user und das war's dann als nächstes nehmt ihr euren usb stick geht zur fritz box steckt den in die fritz box rein und wartet bis hier dieses zeichen usb grün leuchtet und hier verbunden steht und dann hat die fritz box euren usb stick erkannt und dann könnt ihr einfach hier drauf klicken und dann achtet darauf dass hier steht nach funktionen von fritz box aktiv und das index automatisch aktualisieren auch aktiviert ist hier seht ihr dann euren usb stick und wenn ihr etwas weiter runter scrollt müsst ihr noch das hier aktivieren zugriff über ein netzlaufwerk und wenn ihr die fritz box wenn ihr nichts an der fritz box geändert habt ihr sollte das ganze ungefähr so aussehen wie hier dann setzt sie noch den haken bei smb v1 aktivieren und klickt auf übernehmen dann geht ihr einmal in die usb einstellungen und überprüft ob usb 3.0 angeschlossen ist das heißt falls ihr einen usb stick mit ja ein usb 3 stick verwendet dann aktiviert hier usb 3 bei mir ist er an der seite angeschlossen deswegen wähle ich hier seite aus dass ihr könnt ihr je nachdem was ihr anschließt könnt ihr entweder auf zehn minuten lassen oder ihr sagt niemals bei mir ist es normalerweise auf niemals gewesen jetzt müssen wir noch einen benutzer hinzufügen der zugriff auf dieses fritz nas bekommen soll und das macht ihr indem ihr auf system und dann fritz box benutzer geht legt hier einen neuen benutzer an und setzt hier unten den haken bei zugang zu nas inhalten alle anderen haken müssen nicht aktiviert sein und die brauchen wir nicht als nächstes sagt ihr hier entweder ja dass der benutzer zugriff auf alle fritz box daten haben soll oder nur auf einen einzelnen ordner ich empfehle euch nur einen einzelnen ordner auszusuchen denn dafür haben wir die ordner ja auch erstellt und dann klicke hier auf verzeichnis hinzufügen wählt das verzeichnis aus dass ihr bevor erstellt habt in meinem fall ist es das hier backup er die y t bestätigen die auswahl und klicken dann hier unten auf übernehmen und jetzt testen wir ob wir über windows zugriff auf dieses nas laufwerk haben dafür einfach die windows taste drücken auf eurer tastatur bzw das startfenster öffnen und dann einfach hier rein tippen ohne irgendwo hin zu klicken klickt ihr einfach doppelte schrägstrich und sagt hier fritz punkt nas bzw fritz punkt box entschuldigung jetzt werdet ihr nach dem benutzernamen und dem passwort gefragt dass die von diesem benutzer den ihr gerade erstellt habt also tragt ihr den hier ein setzt den haken bei anmelde daten speichern und bestätigt das ganze mit ok und dann habt ihr hier zugriff auf euer fritz nas wie ihr seht und hier sind auch schon mal ein paar test dateien bzw test ordner drin und um zu testen dass ihr auch die zugriffsrechte habt um irgendetwas hier zu verändern erstellt ihr einfach mal hier eine neue datei das heißt rechtsklick und neues textdokument erstellen vergebt irgendeinen namen bestätigt das ganze erstellt noch mal einen ordner probiert die dateien zu löschen einfach nur um sicherzustellen dass ihr lese und schreibt zugriffe auf diesen ordner erhalten haben so dass funktioniert hat würde ich sagen richten wir dieses laufwerk auch noch mal fest im windows 1 dazu öffnet ihr ganz normal euren arbeitsplatz geht hier auf ein netzwerk laufwerke verbinden oder netzlaufwerke verbinden sucht hier das eben hinzugefügte laufwerk beziehungsweise das laufwerk der fritzbox das ist hier aufgetaucht es dauert manchmal einen augenblick also nicht ungeduldig sein wählt hier den ordner aus auf denen ihr zugriff habt und bestätigt das ganze setzt den haken hier verbindung mit anderen anmeldeinformationen herstellen sagt hier fertigstellen gibt hier das passwort und den benutzernamen ein falls hier nicht der richtige benutzernamen drin stehen sollte klickt ihr hier auf weitere optionen und sagt hier anderes konto verwenden gebt dann hier den benutzernamen ein und das passwort nicht vergessen die anmeldedaten zu speichern bestätigt das ganze mit ok jetzt geht das gleiche fenster noch mal auf bestätigt das noch mal mit ok wieso das fenster jetzt kommt kann ich euch nicht sagen sollte normalerweise nicht kommen aber ich fühle hier das ganze noch mal aus vielleicht habe ich mich vertippt typische vorführeffekt ich glaube ich habe mich einfach nur mit dem benutzernamen bzw mit dem passwort vertippt so aber wie gesagt so sollte es funktionieren und so hat es jetzt auch funktioniert vermutlich hatte ich wie gesagt nur einen passwort das passwort falsch geschrieben ok also wir haben jetzt aus windows zugriff auf diesen ordner das heißt jedes mal wenn euer computer startet wird hier dieser shortcut erstellt bzw dieses netzwerk laufwerk und ihr könnt dann ganz einfach über windows auf diese dateien die sich normalerweise auf dem handy befinden und sich dann ja mit diesem laufwerk synchronisieren könnt ihr ganz normal über windows heraus auf diese bilder zugreifen und müssen nicht jedes mal das handy an den computer anstecken damit ihr euch in die bilder vom handy anseht also finde ich mega praktisch mache ich persönlich auch und ja kann ich jedem nur empfehlen dass hier einzubinden für all die leute die keine fritz box haben ihr könnt eure dateien direkt mit dem computer synchronisieren dafür erstellt ihr einfach irgendwo auf eurem computer ein ordner benennt den wie ihr es wollt macht dann einen rechtsklick auf diesen ordner sagt eigenschaften geht hier in den reiter freigabe sagt hier freigabe wählt hier einen benutzer aus in meinem fall ist es hier der benutzer arbeitszimmer sage hier freigabe jetzt wird uns hier die url dieser freigabe angezeigt das bestätigen wir und sagen hier schließen und jetzt habt ihr einen ordner erstellt auf den euer handy dann über sein netzwerk zugreifen kann damit das handy die bilder hier rein synchronisieren kann muss der computer natürlich an sein es gibt scripts beziehungsweise so zeitpläne die ihr erstellen könnt die den computer zu einer bestimmten uhrzeit wecken und dadurch könnt ihr die synchronisation zwischen handy und computer automatisch in der nacht irgendwann mal starten ihr lasst einfach euren computer automatisch hochfahren und dann synchronisiert er die bilder das ist nicht ganz so komfortabel wie mit der fritz box aber es ist eine möglichkeit wie ihr den computer automatisch wecken lassen könnte das zeige ich euch falls interesse besteht im nächsten video also falls ihr interesse daran habt einfach mal in die kommentarspalte reinschreiben dann würde ich ein extra video zu diesem thema machen da ist sich ja eigentlich an benutzer einer fritz box errichtet deswegen möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen so jetzt schauen wir uns mal die app an also als app benutze ich die app folder sync ich benutze die seit circa fünf sechs jahren ich bin mir gerade gar nicht sicher auf jeden fall seit ewigkeiten habe das ganze mittlerweile in der pro version und bin mit der app sehr zufrieden und kann ich jedem nur ans herz legen okay damit wir starten können also dass sie ist das startbild wir müssen zuerst mal ein konto anlegen das heißt unser smb konto von der fritz box anlegen dazu wählen wir hier smb 1 aus können hier noch einen namen vergeben hier tragen wir den benutzernamen den wir in der fritz box erstellt haben ein und hier das dazu gehörige passwort und zu guter letzt hier die ip adresse eurer fritz box klickt einmal auf testen und wenn die anmeldung erfolgreich war bestätigt hier das mit ok und sagt hier speichern als nächstes müssen wir noch ein ordner anlegen der auf dieses konto hier zugreift und der die dateien synchronisiert das heißt wir klicken hier auf ordnerpaar erzeugen wählen hier das konto aus das ist dieses smb konto was wir gerade erstellt haben sagen dass wir die bilder in richtung fritz box schieben wollen deswegen zu remote ordner wählen den remote ordner aus indem wir hier auf ordner auf server klicken auf diesen kleinen server klicken auf diesen kleinen ordner klicken sagen hier fritz nas usb stick und das da ist ja unser ordner also backup er die yt bestätigen das ganze mit einem klick auf einen haken und wählen als nächstes den ordner aus auf unserem handy in synchronisiert werden soll also der die daten auf die fritz box kopieren soll ich will hier als ordner mal den download ordner aus normalerweise sollte auf so gut wie allen handys der ordner dc im der richtige ordner sein und dort kamera und hier sind dann die ganzen bilder normalerweise zu sehen und dann einfach auf den haken ich verwende jetzt wie gesagt einen anderen ordner da ansonsten die synchronisation zu lange dauert so wie gesagt ich will den ordner download aus bestätige das ganze mit einem klick auf den haken und dann könnte man eigentlich schon fast beginnen also aber wir gucken uns zuerst noch mal hier die einzelnen optionen an also zu lokale ordner bedeutet ihr synchronisiert die dateien in richtung zum handy das heißt ihr wählt einmal den surfer beziehungsweise die fritz box aus und den ordner auf eurem handy und dann werden die dateien von der fritz box auf euren auf euer handy kopiert bei zwei wege synchronisation das ist der letzte punkt hier dort werden ja in beide richtungen synchronisiert das heißt falls ein datei auf der fritz box gelöscht wird wird sie auch auf dem handy gelöscht falls sie auf der fritz box hinzugefügt wird wird sie auch auf dem handy hinzugefügt und wenn es auf dem handy hinzugefügt wird beziehungsweise eine neue datei erstellt wird wird sie auch zur fritz box kopiert also ihr habt auf beiden seiten dann immer den gleichen stand ist besonders empfehlenswert wenn man zum beispiel musikdateien auf dem handy und auf dem auf der fritz box miteinander synchronisieren will falls man da irgendwie was macht aber für ein reines backup das heißt so wie wir es haben wollen um handy bilder zu synchronisieren solltet ihr den ersten punkt auswählen bei terminplanung könnt ihr auswählen wann synchronisiert werden soll ihr könnt entweder sagen synchronisierung synchronisation intervall das heißt täglich wählt hier oder ihr wählt alle paar stunden alle paar minuten aus oder ihr sagte so wie ich es normalerweise gemacht habe benutzerdefinierte benutzerdefinierten zeitplan wählt hier dann die tage aus wann synchronisiert werden sollen und war nicht das gleiche noch mal mit der uhrzeit und dann wird immer jeweils an diesem tag bzw zu diesen uhrzeiten dann synchronisiert das könnt ihr wie gesagt frei wählen und bleibt euch überlassen was sie da auswählt ansonsten könnt ihr hier auch noch aktivieren synchronisiere gelöschte dateien aber das ist mit vorsicht zu genießen ihr bekommt hier dann auch noch mal eine warnmeldung denn dann werden die dateien gelöscht und sie sind weg falls sie aus versehen mal irgendetwas gelöscht haben solltet ich empfehle euch lasst das so wie es ist dann sollte alles soweit passen bei erweiterte einstellungen das ganze sieht bei mir so aus hier empfehle ich euch je nachdem was ihr machen wollt noch die automatische synchronisation zu aktivieren dadurch wert wird diese synchronisation automatisch angestoßen sobald sich irgendetwas in dem ordner auf dem handy geändert haben sollte das heißt wenn ihr ein neues foto macht dieser ordner wird überwacht und sobald dort ein neues bild auftaucht wird automatisch versucht zu synchronisieren aber keine angst ihr müsst ja keine angst haben wegen eures datenvolumens denn ihr könnt einstellen dass nur synchronisiert werden soll wenn ihr euch im wlan befindet und dadurch kann dann nichts schief gehen ansonsten der rest bei mir sieht aus so wie hier ich habe nie irgendetwas großartig hier was verändert denn ich habe ja kein bedarf dran gehabt ihr könnt es entweder so lassen oder stellt es dann halt auf eure bedürfnisse ein bei verbindungen hier stellt ihr ein dass nur synchronisiert werden darf wenn ihr euch im wlan befindet ihr könnt hier auch noch das zulässige wlan eintippen das heißt wenn euer wlan hust24 heißen sollte wie bei mir dann trage ich hier hust24 ein und da ich zwei wlan habe trage ich hier einmal hust24 und hust5 ein und das bedeutet nur wenn ich mit einem dieser zwei wlan netzwerken verbunden bin nur dann synchronisiert er diese option müsst ihr nicht aktivieren könnt ihr aktivieren und falls ihr das machen wollt tragt ihr das dort ein und klickt auf ok und der letzte punkt heißt benachrichtigungen bei mir ist hier eigentlich immer nur ein einziger punkt aktiviert worden bzw eine option und das ist hier die letzte ich wollte einfach benachrichtigt werden wenn die synchronisation irgendwie fehlgeschlagen ist dann erscheint ein pop-up fenster bzw eine benachrichtigung in der status leiste und ihr werdet benachrichtigt dass irgendetwas mit der synchronisierung fehlgeschlagen ist und dann könnt ihr halt nachschauen was los ist so ansonsten das war es hier mit den einstellungen ist nicht viel einzustellen klickt dann auf speichern und dann könnt ihr auch schon die erste synchronisation starten entweder ihr klickt hier oben auf alles synchronisieren oder ihr wählt den ordner aus und sagt hier dann synchronisiert und dann sollte synchronisiert werden wenn ihr hier unten links auf diese karos klickt dann kommt ihr wieder in dieses fenster und dann seht ihr auch was gerade synchronisiert wird wie viel megabyte übertragen wurden wie viele dateien überprüft wurden und wie viel synchronisiert wurde an sich das seht ihr dann immer hier und dann bei synchronisation status oben seht ihr dann auch noch gleich wenn die synchronisation erfolgreich war wie viele dateien im endeffekt synchronisiert wurden so die synchronisation ist fertig klicken hier nochmal auf die ordnerpaare hier wird uns jetzt kein fehler angezeigt wenn ihr hier auf diese uhr klickt wird euch angezeigt was synchronisiert wurde und wenn ihr hier auf dieses plus bzw auf den text klickt dann wird euch hier auch noch gezeigt dass die synchronisation erfolgreich war was alles synchronisiert wurde wie die ganzen dateien hießen und das war's dann für all diejenigen die das ganze mit dem computer machen wollen haben den zeige ich auch noch mal kurz wie das funktioniert klickt hier auf account hinzufügen wählt hier jetzt smb 2 aus nicht 1 vergebt einen namen ich nenne es jetzt mal pc tragt den benutzernamen des computers ein in meinem fall war es arbeitszimmer das dazugehörige passwort des pcs tragt hier die ip-adresse eures computers ein falls ihr die nicht wissen solltet einfach die windows taste am computer drücken dann cmd eintippen und dann in dem fenster ip konfig eingeben und dann wird euch hier die ip-adresse des computers angezeigt wenn ihr die eingetragen habt dann bestätigt ihr beziehungsweise testet ihr das ganze ja jetzt hatte ich hier vergessen den ordner einzugeben ihr müsst nämlich noch den ordner eintragen das heißt der ordner hieß ja bei mir einfach nur test und das war's dann ihr klickt auf testen und dann steht hier anmeldung erfolgreich speichern das ganze und dann haben wir hier einen neuen account jetzt müssen wir noch den ordner hinzufügen mit dem er sich synchronisieren soll dazu gehen wir wieder auf das ordner paar erstellen ein neues ordner paar wählen hier jetzt den pc aus sagen wieder zum surfer hin da wir nur zugriff auf diesen einen ordner haben wird das ganze hier leer angezeigt wir bestätigen das ganze und wählen hier wieder ein ordner auf dem handy aus wählen mal das hier aus bestätige das ganze jetzt könnt ihr hier wieder die terminplanung und so weiter einstellen das machen wir jetzt nicht bestätigen das ganze mit speichern und sagen einmal synchronisieren gehen hier wieder auf dieses kachel symbol und die synchronisation war jetzt so schnell dass wir es gar nicht gesehen haben wir können hier noch mal auf das ursymbol klicken und dann sehen wir hier dass wir synchronisiert wurden es waren 1,8 megabyte es waren vier dateien und wenn wir auf dem computer mal ein nachschauen das ganze hier mal schließen gehen in den ordner rein und siehe da wir haben die vier dateien die sich hier auf dem handy befunden haben haben wir jetzt auch auf dem pc also das ganze funktioniert wie ihr seht relativ einfach einfach nur darauf achten smb 2 zu aktivieren fürs für die fritz box smb 1 aktivieren achtet hier drauf es kann sein dass ihr bei neueren fritz boxen smb2 beziehungsweise smb3 auswählen könnt beziehungsweise smb3 gibt es bei folder sind überhaupt nicht aber es kann sein dass bei neueren fritz box smb2 ausgewählt werden muss damit das ganze funktioniert aber ansonsten bleibt der restliche weg gleich da ich keine andere fritz box habe kann ich es euch nur mit der 7490 zeigen so dann war es das im endeffekt auch schon ihr habt gesehen wie ihr euer handy mit der fritz box synchronisiert beziehungsweise mit einem usb stick oder festplatte die an der fritz box verbunden sind ihr habt gesehen wie das ganze mit dem computer funktioniert ihr müsst jetzt halten nur dafür sorgen dass der computer jedes mal an ist wenn ihr synchronisieren wollt ihr habt wie gesagt mehrere möglichkeiten entweder ihr startet ihn manuell oder ihr erstellt euch ein skript wo das den computer automatisch weckt oder ihr erstellt ein zeitplan dieses schedule und stellt dann dass der computer zu bestimmten uhrzeiten automatisch aufwacht und dann stellt ihr die uhrzeit auch am handy ein und dann funktioniert das ganze auch habe ich jahrelang auch so gemacht funktioniert auch falls ihr wie gesagt wissen wollt wie das ganze im detail funktioniert schreibt mir in die kommentarspalte und ich kümmere mich drum und mache ein extra video dazu falls bedarf daran besteht ok in diesem sinne ich hoffe das video hat euch gefallen oder geholfen würde mich freuen wenn ihr ein abo und einen daumen hoch da lassen würde falls dem so sein sollte bis zum nächsten mal macht's gut und viel spaß mit v oder sync